Wir haben, als wir ein Kind waren, eine Song gemacht. So dumm wie du ist doch keiner. Deine Zartschwangen. Oh! Ne, das will ich nicht anmachen. Leute, vielen, 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 vielen Dank. Wir haben es geschafft, in einem Monat 100.000 Abonnenten zu erreichen auf diesem Kanal. Ach du Scheiße. Und wie versprochen, meine Freunde, kommt jetzt das erste Video online. Es wird unfassbar cringe, es wird toll. Hier werden noch so viele Videos online kommen. Dieser Kanal wird wild. Und Leute, ihr wisst, ich halte meine Versprechen. Leute, dank euch werde ich jetzt einfach den 100.000 Abonnenten-Clayber nochmal bekommen. Aber Leute, das ist nicht mein Play-Button, das ist unser Play-Button. Weil das Ding haben wir zusammen geschafft. Wild, 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 wild. Vielen, vielen Dank, Leute. Flash ist auch einfach völlig außer sich. Los mit dem Video. Freunde, wir sind gerade hier bei Johannes im Zimmer, meine Freunde. Lea ist auch mit dabei. Hallo. Und das Ganze hat auch einen richtig krassen Grund. Denn, meine Freunde, wir werden heute auf den allerersten Kanal, den ich jemals hatte, reagieren. Und das ist nicht der Kanal, den ihr jetzt hier gerade seht. Sondern heißt der The Double Lol. Es ist so cringe, Alter. Oh mein Gott, ich habe ihn mit mehreren Freunden gemacht. Und mit mir. Lea. Hattest du auch Videos auf? Ah, stimmt. Ja, Hackfassi. Das ist Lea hier. Das da oben ist Lea. Sieht echt gruselig aus für mich. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, schauen wir uns das allererste Video an. Mache ich mich zum Affen, Leute. Guckt euch das Thumbl an. Guckt es euch an. Ich habe einen Afro. Okay, los, mach es an. Wir schauen rein, Leute. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen... Die Double Lolz. Die Double Lolz. Oh, ist das cool. Zusammengetan haben unsere ganzen, ja, Equipment zusammengetan und dabei ist auch viel zusammengekommen. Das haben wir euch aber... Ich mache einen Schulvortrag, Junge. ... alles schon im ersten Video erklärt. Ja, ich zeige euch einfach auch, was für heute hier unser Thema ist. Der Übergang. Der macht den Übergang. Los, mach dich rund, geh aus dem Bild. Fast so cool wie da. Unser Thema als erstes ist... Bling, bling, Ausstattung. Es ist so cringe. Was habe ich hier gemacht? Was passiert hier? Oh, mein Gott, was habe ich hier gemacht? Ich dachte, ich bin so cool. Das mache ich dann jetzt. Es soll ich mal on time. So schlecht. Okay, Leute, ich würde sagen, das war das erste Video. Vertraubt mir, meine Freunde, es wird immer schlimmer, Leute. Ihr wollt wissen, wie man die Schwerkraft austrickst? Ich zeige es euch. Guckt euch an, wie ich die Schwerkraft austrickst, Leute. Ich bin der krasseste Motherfucker. Ich kann mich noch daran erinnern, wie cool ich das gefühlt habe. Siehst du das? Ich kann gar das... Oh, mein Gott, ich kann nicht vorstellen, wie du das gemacht hast. Wie macht man das? Das sieht so komisch aus. Okay, meine Freunde, jetzt wird es richtig cringy. Ich werde, wie gesagt, meinen Freund da jetzt nicht zeigen, weil das ist wirklich richtig peinlich, Alter. Hackfressenschwester. Die bin ich, ne? Ne, die bin ich. Ich spiele dich. Hackfressenschwester. Ich und mein Kumpel überlegten sich, was wäre, wenn es zwei Ichs gäbe. Jetzt kommt die Hackfressenschwester, Leute. Wie sehe ich da aus? Was ist das mit der Trisur, Digga? Ich habe einfach den Mount Everest auf meinem Kopf. Ich habe die Kraft schon gespürt. Und, wie bist du in deiner Zukunft gewesen? Was ist das für ein Outfit? Wie gesagt, Leute, das Gesicht ist leider geblurrt, aber was machen wir da? Guck dir das an. Was ist das für ein Outfit, Mann? Einmal weiß, einmal lila, gemixt, ein bisschen zu viel. Ich glaube, das liegt an deiner Schwester. Heinz. Er musste es einfach lachen. Er musste... Wir versuchen den... Du hast ihn weggezaubert. Du hast ihn weggezaubert, Lea. Hä, aber wo ist denn der Teil 1? Ich glaube, ich habe Teil 1 gelöscht, weil ich das so cringe fand. Ja, das hat jemand gesagt, Leute, das habe ich da gemacht. Ich habe mich da so verkleidet. Das bin ich, Leute. Das bin ich. Ich habe... Ich habe meinen Hexen nur an. Was mache ich da? Warum habe ich den Ärmel nicht wahr? Das sind echt trindige Videos, Alter. Mach mal den letzten Teil da. Okay, Leute, das haben wir mit Lea gemacht. Könnt ihr das Geheimnis enthüllen, Leute? Wir gucken mal, ob wir das Geheimnis enthüllen können. Oh, dieses Bad. Hallo, Leute, willkommen zum kleinen Videobeschmacken. Das ist mein altes Video. Hallo, Leute, willkommen zum kleinen Videobeschmacken. Hallo, Leute, willkommen zum kleinen Videobeschmacken. Oha, Alter, der Arme. Hallo, Leute, willkommen zum kleinen Videobeschmacken. Was passiert? Was passiert hier? Oh mein Gott, was haben wir damals in der Freizeit gemacht, Lea. Ey, ohne Spaß, es war so klar, dass ich YouTuber werden musste, oh mein Gott. Ja, okay, dann im Video ist es halt echt danach einfach nur noch todeslangweilig. Ah, oh mein Gott, die Zähne. Was ist denn bei Zähnen los? Dieses Bild ist das peinlichste, was ich jemals gesehen habe. Leider ist er hauptsächlich, ich habe ihn, glaube ich, aus Peinlichkeit gelöscht, leider. Aber es ist echt cringe, Alter. Oh mein Gott, was ist unser Remix? Habe ich einen Song gemacht? Also, wir denken nämlich auch, das könnte vielleicht unser Song sein, weil wir, Leute, wir haben, als wir ein Kind waren, also als wir sehr jung waren, einen Song gemacht, der hieß, Heute benehm ich mich scheiße und es ist so cringe, wenn wir den wiederfinden sollen, 100.000 Likes, meine Freunde, scheiße. Aber wie gesagt, wenn ihr hier auch ein Like da lasst, dann zeigen wir euch unser erstes Musikvideo, was wir jemals gemacht haben. Jetzt gucken wir das hier aber erst mal. Oh mein Gott. Lea, das will ich nicht anmachen. Nein. Nein. So dumm wie du ist doch keiner, deine Zahnspannung kommt aus dem Tellerlauch. Ah! Was war das? Das ist doch, wenn ich mal ein Ende habe, geh doch bitte mal ein bisschen schneller, geh doch bitte mal ein bisschen schneller, geh doch bitte mal ein bisschen schneller, geh doch bitte mal ein bisschen schneller. Das ist so krass. Wooppa, Dummlam Style. Oh Gott, das war mal ich. Oh mein Gott, ganz schön! Oh mein Gott, ganz schön! Oh mein Gott, wie soll ich das herzen werden? Ich dachte, das wäre das coolste, dass ich wieder etwas was hab. Ja, ich weiß nicht! Deine Zeiten sind zu fisch, geh doch mal ins Bett in der Studio! Ja, das solltest du auch machen bei diesen Abendmauern. Alle im Sud zum Abnehmen, deine Zeiten sind zu fisch! Wie gesagt, den Rest zeigen wir erst im nächsten Video, wenn wir das dann machen. Leute, das war es mit der wunderschönen Reaktion von dem cringigsten Kanal, den ich je gesehen habe, Meine Freunde, wirklich lasst ein Like da, wenn ihr den nächsten Teil sehen wollt. Haut rein.